Hey yo, Captain Jack. Willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich es geschafft, den Unhold innerhalb von 15 Kampfrunden zu besiegen. Das war nicht besonders schwer. Ich bin auch wieder in einem plötzlich ertönt von irgendwoher eine Stimme. Oh, endlich sind wir frei. Danke euch, Jung. Das war eine feine Sache. Wenn ihr Kurs auf eine ganz bestimmte Höhle in den Bergen setzt, überschütten wir euch mit Dank. Interessant. Und wir kriegen einen Silberpfad des Ruins gratis oben drauf. Das hier war eine Grotte, die wir schon kannten. In der Felsgrotte, wo ich die Hose geklaut habe. Ja, ich habe es geschafft. Da haben wir den Passewall noch mal drin gehabt. Deswegen habe ich euch das nicht extra gezeigt. Aber es gab ein paar neue interessante Gegnerchen. Die zeige ich euch gleich im Kampfarchiv. Unter anderem nämlich auch den Bismatsch, den wir ja für die Schleimquest brauchten. Aber ich glaube, spätestens am Platinkönig so viel wird es irgendwann scheitern, das Ganze. Ähm, genau. Gucken wir als erstes hier ins Kampfarchiv rein. Und nach allen Monstern. Wir sehen hier, die beiden fehlen noch. Und dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Viecher. Ich weiß gar nicht, ob es danach noch eine Seite gibt. Aber vermutlich ja. Äh, genau. Genau, 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 genau. Was wollte ich euch zeigen? Ich wollte euch zeigen... Den, ne, den kennen wir. Den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Pandoras-Büxel haben wir auch zusammen gesehen. Ähm, Robospinne? Ne, Robospinne kennen wir, glaube ich, auch schon. Oktokoplin, Dunkelstein. Pfui-Spinne, die ist neu. Pfui-Spinne ist neu. Der Wunder-Drache ist neu. Bismatsch ist neu. Das Ross der Rache ist neu. Ihr kennt den Anno-Dart-Zu-Wall auch noch nicht. Genauso wenig wie den Wunschmeister. Und die kosmische Chimäre. Das sollte für euch alles neu sein. Den Metallkönigsschleim habt ihr schon gesehen. Turm des Schläfers? Da gibt es Metallkönigsschleime? Okay. Ja, und der Rest sollte euch nicht neu sein. Yes, so schaut's hier aus. Und dann wollen wir mal die beiden Quests abgeben. Ach, naja, du, du mit deinen Musikantenknochen. Nein, Klapperkalle. Nein. Nein, Klapperkalle. M-m. So, erstmal deine Hose. Oh, was denn das für ein behaglicher Duft? Oh, eine von meinen Hosen. Auf die hat mein knochiger Hintert schon gewartet. Bitteschön. Deine schäbige Shorts. Ah, dieser Duft kann Tote erwecken. Langsam kommt wieder Leben in die alten Knochen. Tote lügen nicht. Hier, bitte. Die passende Belohnung für so einen Mordskerl. Rapthorn. Oh mein Gott. Den müssen wir auch gleich nach oben klatschen. Ein weiterer von den alten Dragon Quest Gegnern. Ah, endlich. Zieht's mir nicht mehr durch meine unteren Bereiche. Ihr seid echt mordsmäßig nett, wisst ihr das? Hey, wenn ihr den Valken extra noch mehr Hosen abnehmen könnt, bringt's ihr einfach an ihre rechtmäßige Ruhestätte, ja? Das werde ich nie wieder tun. Na sowas. Ihr habt den Uhunhold besiegt. Ihr Prachtkerl. Seht, der olle Jolly Roger ist zurück aus dem Jenseits. Hey, ahoi, Rudi-Lüppchen. Deine traurige Gestalt ist mir ja ewig nicht mehr unter die Augen gekommen. Ich danke euch für eure Hilfe, Jungen. Für unser Eins würde nicht viele auch nur so einen Finger krumm machen hier. Ah ja, ja. Hast recht, hast du, Jolly. Ich hoffe, dass ihr macht die Mühen ein bisschen wett, die ihr wegen uns hattet. Eine silberne Kugel. Oh, eine silberne Kugel, Freunde. Jetzt können wir endlich eine ruhige Kugel schieben. Schön. Hey, hier unten treibt sich eine traurige Meute von Abschaum der miesesten Sorte rum. Weil in meinem Leben so viele schlimme Taten begeht es verflucht, immer zur Ruhe zu kommen und die meisten enden hier. Selbst ich bin schon so lange hier, dass ich nicht mehr mehr weiß, wie ich früh ausgesehen habe, Jungen. Hey, da draußen wird keiner auch nur einen Finger rühren für bleichknochige alte Dehunde wie den alten Jolly und mich. Außer euch, Jungen. Ihr seid ein Goldstück. Das werden wir nicht so schnell wieder vergessen. Supi. Ähm, Alchenomikon. Stein des Weisen. Drei Vogelsang-Nektar. Auch ich halte, wo kriegen wir. Das ist nicht das Ding. Schlummerblumen. Nach zwei Schlummerblumen. Wo gab es denn noch mal andere Schlummerblumen? Vielleicht ist das was für gleich, wo ich ein bisschen Offscreen zusammensammle. Ich kriege diesen Stein der Weisen noch zusammen, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. So, jetzt müssen wir mal nach Rapthorn suchen. Oder nach Raptorn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den aussprechen soll. Aber das ist mir auch egal. Wir gehen einfach mal hin. Ist ja relativ offensichtlich, wo der gute Herr ist. Hier oben auf dem Brunnen-Dingens. Da wollen wir rein. Und da ist der Dickie. Und mit Dickie meine ich Dickie. Das ist schon nicht mehr witzig. Das kann schon nicht mehr gesund sein. Mein erster Gedankengang wäre, der ist bestimmt gegen Helligkeit allergisch. Und ich habe recht, er ist gegen Helligkeit allergisch. Dann gucken wir doch mal. Ah, listiges Ungeziefer. Wie viel wollt ihr noch von meiner Zeit verschwenden? Ihr werdet in der Hölle schmoren, aber zuerst bekommt ihr meine fleischgewordene Macht zu spüren. Ihr werdet den ewigen Schrecken erleben. Selbst der Tod wird euch keine Erlösung bringen. Ja, ja, glaub du das auch. Ja, natürlich, Kapton. Glaub das mal, dass du ja recht hast. Hm, ich habe nur keine Ahnung, ob der eher mit Magie oder eher mit physischen Sachen angreifen wird. Oh, meine. Entschuldigung. Tut mir leid. Das war fast aus Versehen. Äh, auf, Lizzie. Lebenskraft! Wuhu, Kraft des Lebens! Oh ja, beides. Okay, dann muss ich mich gegen beides schützen. Gut, damit komme ich klar. Plupp, plupp. 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 Okay, supi. Dann ein bisschen Energieschub für dich. Ein bisschen Megastärkung für dich. Ein bisschen... Stoßwirbel für dich. Und du machst bitte eine Mittelheilung für dich selbst. Ah, guck mal, der Angriff von... Oh Gott, oh Gott. Der Angriff von König Gottfried, wollte ich sagen. War aber gefährlich. War aber, also... So. So will ich das haben. Und dann Falkenhieb. Multiheilung. Stoßwirbel. Paladin-Parade. Supi. Lizzie ist auch als zweites dran. Das heißt... Sie ist jetzt auch vermutlich geschützt. Er lacht. Und Klappt-Sterns eine. Der natürlich alles abwehrt. So, dann... Machen wir weiter mit Garutz. Stoßwirbel. Eigentlich will ich mal eine Magie-Explosion sehen. Auch wenn Lizzie danach nichts mehr tun kann. Aber ich würde sie trotzdem gern sehen. Stoßwirbel. Und du machst bitte ein bisschen Duldsamkeit. Magie-Explosion. 1700. Dafür, dass das die kompletten MP kostet. Ist gar nicht mal so viel. Muss man ja einfach mal so sagen. Gar nicht mal so viel. Achso. Ja, dann nicht. Ähm. Was kann ich machen? Hm. Ich kann irgendwie eigentlich gar nichts machen. Mach ich mal das hier. Ach, guck mal. Da war es das auch schon. Raptorn ist besiegt. Tschüss, Kollege. Ja, du darfst deine Erfahrungspunkte haben. Kein Problem. Nehmen sie ruhig. So. Das war der Herr. Und ich darf jetzt weitermachen. Ich guck mal wegen der Schlummerblumen und allem drum und dran. Wir kriegen den Stein der Weißen schon. Wir machen Harry Potter vor, wie das richtig geht. Ja. Wenn man den nicht einfach in seiner Tasche findet, dann kann man den sich auch selber alchemieren. Bis gleich, Freunde. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe ganz viele Grotten gemacht. Ich habe uns außerdem hier noch zweimal auf Stufe 99 gebracht, wie ihr hier sehen könnt. Wartet mal, ich tausche mal. Da. Plus drei. Äh, damit wir ein paar höherwertige Grotten kriegen. Ich habe von Parzival eine legendäre Rüstung bekommen. Die siegreiche Rüstung. Das ist die stärkste Rüstung im Spiel. Beziehungsweise die stärkste Originalrüstung, würde ich es mal nennen. Denn man kann sie Alchemie, äh, mit Hilfe von Alchemie noch verbessern. Äh, dafür brauche ich allerdings ein Achat der Evolution. Und das weiß ich nicht, ob ich dann auch Lust habe, alle Sachen für ein Achat der Evolution nochmal zusammen zu sammeln. Yes. Ähm, genau. So schaut es gerade aus. Und jetzt habe ich einen neuen Grottenboss gefunden. Ihr seht, da schwappt schon immer was Weißes rein. Das ist der höchstlevelige Grottenboss. Aber der davor, also der, der uns jetzt zwischen Parzival und Ähnchen hier noch fehlt, der gilt als der stärkste Grottenboss. So. Und ich habe es noch geschafft, die Moa-Musikanten mit, also den einen Moa-Musikanten mit feurigem Solo zu klatschen. Deswegen geben wir die Quest auch gleich noch ab. Wen haben wir denn hier? Hallöchen Graugnaz, alter Kollege. Ich Graugnaz, geboren aus dem Licht. Barbarus, geboren aus der Finsternis. Ha-On von der geheiligten Kraft. Wir waren einmal eins. Barbarus wurde zerstört, als der Allmächtige die Finsternis verbannte. Die Trübung des Lichts ließ mich ungemein altern. Aber die heilige Macht war noch stark genug. Stark genug, um dich zu führen, um Finsternis und Licht wieder herzustellen. Ha-Ons Geist wurde wieder zu Fleisch. Sein Körper entfloh dem Gefängnis, in dem er so viele Jahre ausharren musste. Tritt gegen mich an. Zeige dem Lichtgeborenen, wozu der Auserwählte der heiligen Macht fähig ist. Hallo Graugnaz. Ja, nicht umsonst wurde im Abspann vom Hauptgame von Dragon Quest gezeigt, wie ein Schatten, ein Drachenschatten über den Magma fliegt. Ja, ich glaube, ihr könnt verstehen, wer es gewesen sein könnte. Eventuell. Genau, wir machen hier einmal Doppelmoppel und mit dir machen wir wie immer Hokus-Zwokus. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Das Problem ist, dass Graugnaz vermutlich eher mit Odem-Angriffen um die Ecke kommt. Ah, das ist so. Nur neun? Zwei? Und ein Konterangriff. Okay. Okay, ich habe da nichts dagegen, dass er uns kaum Damage macht. Ich habe da wirklich nichts dagegen. Aber er greift dreimal pro Runde an. Das kann natürlich verdammt gefährlich werden, je nachdem, was er einsetzt. So. Das sieht schon mal gut aus. Dann machen wir hier weiter Energieschub. Du setzt bitte ne magische Barriere in Kraft. Du gehst über den Stoßwirbel und du gehst zur Tigerkralle. Wie ihr eventuell gerade gesehen habt, hat Dance ein paar Sperrfähigkeiten von mir verpasst gekriegt. War für mich dann einfach einfacher, die ganzen Flüssigmetallschleime und sowas fürs Leveln zu trainieren, äh, zu besiegen. Nur deswegen hat er die Sperrfähigkeiten. Alle anderen Leute sind noch genauso von den Werten her wie sonst. Das ist jetzt scheiße gewesen. Und noch ne zweite Störwelle. Falls doch noch irgendwo irgendwas war. Ah, ja, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Kann man ja nie vorsichtig genug sein, ne, Frau Gnarz, alter Kollege? Na gut, machen wir das Ganze nochmal. Todeskraft. Du kannst mal Garutz machen. Du machst wieder ne Doppelmoppel. Und du holst den Hokus-Zu-Hokus für Lizzie raus. Ach ja, boah, wenn ihr wüsstet, wie viele Grotten ich gerade gemacht habe. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Aber ein Boss fehlt mir ja noch. Und solange ich den nicht besiegt habe, kann ich das Ganze noch nicht ad acta legen. Aber dadurch, dass wir jetzt den höchsten Boss haben, weiß ich jetzt für mich, dass wir den zweithöchsten auf jeden Fall auch finden können. Ob ich ihn dann besiegen kann, ist eine ganz andere Geschichte. Angriffskraft und Abwehrkraft und Flinkheit erhöhen sich. Er findet Olli toll und natürlich kommt noch eine Störbälle. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Immerhin habe ich ihm ja schon ein bisschen was abgezogen. Er kriegt sämtliche MP zurück. Okay, aua, das hat wehgetan. Das hat nicht so wehgetan. Angriff ist wieder normal. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich gut leben. So, ein bisschen Garutz für dich. Schade, dass Hokus-Zwokus noch nicht wirkt. Aber, was soll man da machen? So, jetzt kommt Hokus-Zwokus. Problem ist, dass er jetzt 100% wieder direkt mit seiner Kacke kommt. Ich mache mal den Drachenhieb. Ich mache Garutz. Ich mache den Stoßwirbler. Und ich mache die Tigerkralle. Abwehr ist auch wieder normal. Susupi-Friegheit ist auch wieder gut. DK weicht den zweiten Angriff aus. Zorniges Gebrüll. Na, wenigstens darf Lizzie noch. Wenigstens darf Lizzie noch. Die macht mit ihrem Hokus-Zwokus-Garutz ja ordentlich Damage. Ja, sogar mit Crit. Sehr nice. 1500! Freunde, Freunde, Freunde. Das hat ordentlich gezogen. Nein, nicht die Fälle der Erneichterung. Garutz bitte. Dragonheap. 1000 Punkte. Obwohl wir nicht mal aufgeboostet sind. Mit Angriffskraft. Klar, mit toten Energie schon. Aber nicht mit Angriffskraft. Und das war's. Tschüss, Graugnaz. Wir haben Graugnaz besiegt. Und Graugnaz droppt uns noch ein Ektrasilblatt. Graugnaz droppt übrigens immer ein Ektrasilblatt. Ja, wir werden den Ort sofort verlassen. Und das ist jetzt ungünstig. Der hat mir keine weitere Karte gegeben. Verdammte Kacke. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendeine Grotte aussuchen, die ich noch nicht gesehen, also die ich schon gesehen habe, um mir da eine neue Karte zu holen. Oh, ne, ne. Da hab ich ja Lust drauf. Hm. Hm, 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 hm. Ja, tatsächlich. Naja, dann geh ich hier nochmal in... Ne, da nicht. Was war denn nochmal? Doch, die Smaragdkrypter des Bösen. Da gab's nämlich ziemlich nice Items. Ich weiß, da ist auf jeden Fall eine Rang-A-Schatztruhe drin. Deswegen hab ich die auch aufgehoben, obwohl da auch nur wieder Parseval am Ende steckt. So, ja. Dann hätten wir das erledigt. Und einmal ganz kurz nach Wasaba. Ab nach Wasabi. Da kann ich nämlich die Talentpunkte vielleicht auch noch ein bisschen vergeben. Dann kann man bei der Koryphäer eventuell noch ein paar passive Sachen kriegen, damit ich besser durch die Grotten durchkomme. So den ein oder anderen Flinkheits- oder Angriffspunkt. So. Tagchen. Ihr habt einen Moai-Musikanten mit einem feurigen Sohne ausgeschaltet. Was für eine Vorstellung. Grandios. Jetzt werdet ihr gewiss nie vergessen, dass es die Bestimmung einer Koryphäe ist, dem Schlachtfeld ein wenig Glamour zu verleihen. Du bist jetzt bereit für eine neue Berufung. Die Koryphäe nämlich. Yay! Damit haben wir unsere letzte normale Mission abgeschlossen. Es gäbe jetzt nur noch... So, Koryphäe kann ich durchstreichen. Von den normalen Missionen, die ich theoretisch gerne gemacht hätte. Je besser ihr als Koryphäer werdet, desto mehr Glanz könnt ihr auf den Kampf verleihen. Doch dazu müsst ihr üben, üben, üben. Doch an der Spitze weht ein rauer Wind und nur wenige können ihm trotzen. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr es nicht schafft. Ich bin sehr enttäuscht, wenn ich es nicht schaffe. Ja, theoretisch gäbe es nur noch zwei Missionen, die ich gerne machen würde, aber die kann ich nicht machen. Für die einen hätten wir irgendwo Metallschleimschuhe in der Kiste, in der Grotte finden müssen und für die andere müssen wir eine Wassergrotte haben, wo es Glitzerdachse gibt. Ich kann euch eben mal hier noch in der... bei unserem Mönsterchen zeigen, was ich noch so alles besiegt habe. Ja, guck mal, hier hinten haben wir es. Da ist Rapthorn. Der ist der letzte in der Reihe und hier seht ihr, da fehlt uns einer und das ist Tyrannosaurus Hex. Das wissen wir ja schon, ne? Ach, hier steht nicht mal, dass ich die siegreiche Rüstung von ihm gekriegt habe. Interessant. Egal. Genau, ihn haben wir in der Lavagrotte gefunden. Den habe ich in der Lavagrotte gefunden. Den hier habe ich in der Lavagrotte gefunden. Maser-Mops war da auch mit dabei, aber den kennen wir ja schon aus Schloss Schicksal. Igitte habe ich in der Wassergrotte gefunden. Ähm, was sonst noch? Ach ja, genau. Und den Pantheror, den gab es gerade in der Grotte von Graugenatz, also in der Ruinengrotte. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts Neues mit dabei. Ne, ansonsten ist alles so, wie es sein sollte. So, genau. Das wäre es für den Moment gewesen. Ähm, eine Sache kann ich euch noch sagen. Moment, nicht die Spiel-Endstatistik. Ja, ich weiß doch. Sondern hier die normalen Missionen. Ähm, Sondermission. Die Schleim-Schande. Ich habe zwar schon fünf geschafft. Eins wäre, äh, Pampoleon. Den gibt es in Wassergrotten. Einen wäre der Metall-Schleim-Ritter. Der ist ja super easy. Der rennt ja auf dem Weg nach Neubültau rum. Das wäre kein Ding. Aber das letzte ist das Platin-Königs-Juwel. Und ich habe gelesen, Platin-Königs-Juwel spawnen erst in Grotten, die man bekommt, nachdem man hinter seiner Berufung eine Plus-Sieben hat. Und das sehe ich nicht, dass ich das jetzt noch im Let's Play tue. Jetzt, wo ich weiß, dass wir Graugenatz freigeschaltet haben, glaube ich halt Tyrannosaurus-Hextin. Und wahrscheinlich nur noch so drei, vier Schatzkarten davon entfernt von mir gefunden zu werden. Deswegen kein Platin-Königs-Juwel für uns. Keine Schleim-Schande für uns. Ja. Tut mir leid, aber so schaut's aus. Genau. Dann kümmern wir uns nur noch um Tyrannosaurus-Hext. Und das machen wir gleich. Was rützt mir denn so? Ich hab noch nie einen Kerl gesehen, dem's schlecht ging. Ach nee, ihr habt das noch nicht. Mich hat eine Frau auf dem Sterbebett gebeten, einen Brief von ihr einem Kind, namens Walter Junior, zu bringen. Und dann ist mir das verflixte Ding von einem Glitzerdachs geklaut worden. Ich bin so ein Schrottel. Diese Biester sind eine Pest. Die wollten andere bloß quälen. Was will der denn mit dem Brief? Könnt ihr mir aus der Patsche helfen? Wenn ihr genug Glitzerdachse plättet, findet ihr den, der ihn sich geschnappt hat, sicher. Ihr macht das doch für mich, oder? Ihr bringt mir den Brief zurück? Ach, lasst euch nicht so bitten. Sagt schon ja. Oh, ihr macht es. Ihr seid ein Lichtblick in der Dunkelheit. Ehrlich. Ich heiße Portos. Ich verlang mich auf... Verlass mich auf euch. Der Brief ist echt wichtig. Briefbote. Die drei Briefketiere. Tja, Freunde, ich bin wieder da. Ich habe leider immer noch keine Grotte mit Tyrannosaurus Hex gefunden. Aber ich habe jetzt das Größtmögliche getan, was man tun kann. Seht ihr es unten rechts? Oli ist jetzt ein ausgesternter Schwertmagier. Ja, ich habe Oli zehnmal resettet. Ich habe mir einen Grottenguide angeschaut, mit dem ich jetzt weiß, hinter welchem speziellen Namen welcher Bossgegner stecken kann und so weiter und so fort. Also, wir haben in folgender Grotte hier eine Chance auf Tyrannosaurus Hex. In der Diamantkluft des Ruins Stufe 94. Oli hat übrigens auch jede passive Fähigkeit erlernt und ist damit eine mächtige Todesmaschine. Und da haben wir auch direkt schon ein... Ach, ich habe sogar noch eine... Ich habe sogar noch eine Quest vergessen, die wir noch mitnehmen könnten. Moment, ich bin gleich soweit. So. Ich habe eben nochmal die Quest aus Engelsfälle angenommen. Ich habe nochmal die Pflaumenquest angenommen. Weil wir dafür ja überall diese Wassergrotten brauchten. Und jetzt habe ich endlich eine. So, und hier brauchten wir noch... Nee, das war das Olala mit dem Munterkraut. Die brauchte ich nicht. Ich brauchte hier den Zahn des Drachenfürsten. Ah, aber das ist große Stärke. Ich bin der Gui. Betrachtet meine Bitter mit Wohlwollgüte Gereisende. Da ist ein Weib, welches mir gefällt. Es ist wichtig für mich, dass ich ihr zeige, wie stark ich bin. Es scheint, sie wünscht sich einen Mann mit einem starken Körper und ich weiß nicht, ob ich ihrer würdig bin. Das Weib wünscht sich ihren Mann geschickt genug, um einen Drachenfürsten ohne große Mühe zu besiegen. Wird der Drachenfürst in drei Runden besiegt, verliert er einen großen Zahn. Dieser Zahn ist es, den ich begehre. Darum bitte ich euch, gütiger Reisender, bringt ihr mir den Drachenfürsten Zahn. Eure Mühen sollen nicht ohne Lohm bleiben. Klar. So möge es sein. Das Glück hat mir gelächelt und mir euch über den Weg geführt, freundlicher Reisender. Ich erwarte euren Sieg voller Vorfreude. Zahnzieher gehört jetzt uns. So, ich meine nämlich, der Drachenfürst müsste auch ein... Ach ja, stimmt ja, hier kann man ja nicht. Genau, ich glaube, der Drachenfürst müsste auch ein Wassergegner sein. Übrigens, dem findigen Beobachter sollte schon aufgefallen sein, dass Deka inzwischen auch mit einem Metallschleimhelm rumläuft. Den habe ich nämlich in einer Grottentruhe gefunden. Ansonsten leider nichts so wirklich Spannendes dabei, muss ich gestehen. Ähm, das ist so ziemlich das Einzige gewesen. Ich habe aber schon eine Rang-S-Truhe gefunden. Da gab es allerdings nur einen Göttertrank drin. Dadurch weiß ich zwar, dass es Rang-S ist, aber Göttertrank war halt... Ist halt trotzdem verhältnismäßig schlecht. Gucken wir uns doch einfach mal die neuen Gegner hier an. Alraunen, Monarchen und zappelnde Maulhelden. Ich mache erstmal die Maulhelden kaputt. Ich glaube, die sind nervtötender. Oh, die können die komplette Konzentration von allen boosten. Das ist natürlich... Das könnte gefährlich sein. Aber genau wissen tue ich es nicht. Klar, so viele Lebenspunkte haben die nicht. So, der Rang-Monarch wird einfach gewon-hitted von Deka. Also, was will man mehr? Ja, booste dich ruhig hoch. Du bist eh gleich tot. Dann nützt dir dein Boost nichts. Ich weiß auch selber gar nicht, warum ich euch jetzt hier unbedingt dabei haben will. Ich habe nur gedacht, Mensch, ich habe jetzt schon so viele Grotten gemacht. Und ich kann euch ja einfach mal wieder mitnehmen. Da haben wir noch einen davon. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Naja, wir haben ja Moa-Musikanten. Ja, die sind nämlich eigentlich... Die habe ich auch schon besiegt. Igitte heißen die. Für mich nichts Neues. Kannst du mal da rutschen, du hässlicher? Und der ist... Das ist doch noch ein ganz normaler Erzmagier. Okay. So. Ja, verdammte Kacke. Zappelnde Maulhelden. So besonders interessant sind die ja nicht. Aber es ist... So, ja, hau mich. Ja, hau mich und flau mich sitzen auf dem Baum. Genau. So, du machst den kaputt. Du haust da ordentlich rein. Und wenn Oli gleich wieder den ersten Schlag hat... Und nicht trifft. Ach, der hielt sich einfach mit seinem Zaubertanz. Auch nicht schlecht. Aber jetzt ist er down. Mach's gut. Zappelnde Maulheld. Ich hoffe ja wirklich darauf, dass wir hier irgendwas Geiles finden. Irgendwelche geilen Gegner. Irgendwelche geilen... Tyrannosaurus Hexer am Ende der Grotte. Das wäre natürlich am schönsten. Irgendwelche legendäre Ausrüstungen noch. Ich weiß, wir haben ja schon dieses eine, diese eine legendäre Rüstung, die siegreiche Rüstung von... von Katz gekriegt. Also, Astralfeder ist auch schon mal eine seltenere Kiste gewesen. Also, von Parseval. Aber da wart ihr ja nicht mit dabei. Das war ja leider offscreen. Das ist das Blöde. Und... Ja. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich da nichts irgendwie komisches angewendet habe. Ein Bismatsch. Hallöchen. Bismatsch und Glitzerdachse. Ich sag's doch. Und guck mal, hier haben wir Glitzerdachse erst. Überlegt mal, in was für einer hohen Grotte wir gerade sind. Ja. Ach nee, das ist nicht Bismatsch. Das ist Popoleon. Und genau wegen dem, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich den noch finde. Und wegen dem Platinenkönigsjowel, was ich inzwischen leider auch schon gefunden habe. Habe ich das eine Mal die Metall... Habe ich die Schleimquest, ja. Weggegeben. Und das ist echt ungünstig. So, Glitzerdachse ist down. So, Popoleon rappelt sich auf. Und er hat jetzt kapiert, dass er Kacke gebaut hat. Aber ich glaube, den Glitzerdachs müssen wir beklauen, ne? Müssen wir den Glitzerdachs beklauen? Besiegst du einen Glitzerdachs? Ne. Wir müssen sie nur besiegen. Gut. Dann nehme ich mir hier gleich mal den nächsten vor. Ähm, genau. Ich habe auch eine neue, eine neue Kampftaktik für Lizzie. Denn ich habe ihr, ja, ich habe ihr Zaubererfähigkeiten gegeben. Also das Zaubererdingen ausgemaxt. Und dadurch hat Lizzie Aggressionstraining als Fähigkeit. Das ist im Prinzip der Energieschub für magische Fähigkeiten. Und der in Kombination mit Garotz, in Kombination mit Hokus-Zwokus, macht in einer Runde mal gut 1200 bis 1500 Damage. Wenn der Gegner dann noch anfällig gegen, äh, gegen, gegen Dunkelheitsangriffe ist. So wie beispielsweise Graugenaz 2, ja. Äh, das hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Graugenaz hat in einer Runde über 2000, ernsthaft jetzt. Oh, aber du hast einen Glitzerdachs dabei. Dann, dann will ich gar nichts gesagt haben. Ja, äh, Graugenaz 2 hat in einer Runde 2000 kassiert. Nur durch Lizzies Angriffe. Und das war halt verhältnismäßig sehr entspannt, möchte ich sagen. Ja, die Gitte sind nicht besonders stark, aber die halten viel aus. So, mach mal bitte eine Multiheilung. Und dann geht's hier gleich weiter. Ja, das war die Gitte. Und, ähm, ja. Ansonsten kann ich gar nicht so viel erzählen. In dem Grottengeit steht drin, dass es über 8 Millionen Grotten gibt. 8 verkackte Millionen Grotten. Und da haben wir einen zerknüllten Brief von den Glitzerdachsen. So, wie, dann haben wir die Quest auch noch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die noch hinkriegen. So, dann verschwinde ich mal wieder und suche nach der nächsten Treppe. Ach, ich hasse euch. Könnte immer alles so einfach sein, aber ist es aber nicht. Ja, das habe ich extra gedacht. Was ist denn? Du kannst wieder Geburt, ernsthaft. So. Hätte ich mir eigentlich denken können, du zauberndes Viech. So, Lizzie. Und Dekka noch als letzter? Nö, leider nicht. Kein Boost für Dekka. Mit Boost hätte es vielleicht geschafft, sie zu killen. Ja, mit Sicherheit hätte das gereicht. So, dann verschwinden wir wieder. Nein. Du nicht. Vergiss es. Ich will nur die Treppe. Da ist sie doch schon. Zumindest auf der Karte. Bewacht von zwei bösartigen Schatzkisten. Weißen Elixier. Ätherischer Stein. Ätherischer Stein ist, glaube ich, auch nur... Ist äther... Wartet mal. Ätherischer Stein. Das war das falsche Ding. Ätherischer Stein. Ich habe das Ding nämlich auf. Ätherischer Stein. Rang A. Genauso vermutlich wie die... Wie die Kristall... Äh, wie die Astralfeder. Die könnte aber auch Rang E sein. Oder Rang D. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade im Überfliegen nicht richtig gesehen. Aber so wild ist es ja auch nicht. Auf jeden Fall. Ätherischer Stein. Rang A. Und ein Imitator. Also maximal Rang D. Ich klaue inzwischen auch keine Minimedaillen mehr. Weil ich die Grotten einfach nur noch schnell hinter mich bringen möchte. Das ist vielleicht nicht unbedingt klug, was die Orichalcum-Front angeht. Aber es ist mir sonst zu doof gewesen. Leider Gottes. Achso, ich habe jetzt Verschwinden eingesetzt. Ich wollte eigentlich den Schatz-Sucher machen. Da oben habe ich es doch gerade gesehen. Aber was Neues haben wir noch nicht an Gegnern gesehen, ne? Obwohl wir hier auf Etage 9 sind. Da! Ein Drachenfürst! Hallo Drachenfürst! So, schwerer Steinbrocken. Ja! Drei Runden, sagt er, muss ich dich besiegen. Ach, ja gut. Ich brauche zwei. Das reicht mir. Da ist er down. Der Drachenfürst lässt etwas fallen. Den Drachenfürstenzahn. Genau, habe ich euch schon gesagt, dass ich die Pflaumen-Quest selbstverständlich auch wieder angenommen habe? Ja, habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Und wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Denn ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier Seewürmern begegnen sollten. Spiegelstein. Und noch was Neues. Hallo! Horrorhammer! Du bist ja der Horrorhammer. Das ist ja der Hammer, wie Horror du bist. Das ist ja der Horror, wie Hammer du bist. Ja, ja, doch, das passt auch gut. Gut, tschüss Horrorhammer. Aber wenigstens auch mal wieder ein neues Gegnerchen getroffen, ne? Ist immer wieder schön, neue Freunde zu treffen. Ins Gesicht, mit der Waffe. Multihaltung. Töp, 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 töp. Reicht mir, supi. Da komme ich nicht durch. Dann gehe ich wohl mal hier nach oben. Na, war mir fast klar. Aber ich wollte es mal probieren. Jetzt klappt es. Lupi. Ditzaglachs. Guine. Warum Guine? Wer will denn schon Guine? Papua Gold... Wasaba Guineia. Na? Schön guck... Ach, jetzt ist da der Drachenfürst drauf. Okay, noch ein... Das hier. Noch eine Etage. Dann gibt es die nächsten Gegner. Hallo? Ach, seit wann... Seit wann habe ich denn... Scheiße. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, aufzunehmen. Raffineszenz. Ein Stahlwal. Hallo, Stahlwal. Na, wie geht's dir? Ich kenne schon den Anno-Dazu-Wahl. So, das war der arme Stahlwal. Aua. Mit Dekas Spezialangriff, um geklatscht zu werden. Tut, glaube ich, ganz schön weh. So, also wenn es hier keine Seewürmer gibt, dann weiß ich auch nicht. Weil tiefer... Also mehr... Also mehr... Gegner werden wir nicht finden. Drachenfürst. Stahlwal. Es kann doch nicht sein, dass hier nur ein... neuer Gegner kam. Ah, suche ich gerade... Da, ein Seewurm. Ich wusste es. Hallo, Seewurm. Und der Seewurm ist zu perplex. Das trifft sich äußerst gut. Weil ich wette, der Seewurm macht ganz schön viel Damage. Okay. Oh, ja gut. Dann ist er wohl schon down. Und eine Pflaume. Das müssen wir jetzt nur noch neunmal wiederholen. Gut. Aber das heißt, wir sind hier richtig. Und ich kann diese Quest mal machen. Von der ich... Keine Ahnung habe, was... die Belohnung sein wird. Vielleicht kriegen wir jetzt durch die neuen Quests... ja noch so den ein oder anderen Spezialboss-Gegner. Das fände ich schon ziemlich geil. Aber hier sind echt keine einzigen? Keine einzige Schatzkiste. So. Wenn ihr ne Schatzkiste seht, ruft, ja? Gut. Da, Seewurm. Ich weiß, es ist keine Schatzkiste, aber es ist trotzdem wichtig. Verdammte Kacke. Ähm. Ja, dann muss ich jetzt hier mal ne... nen Kawum zünden. Das war nicht so schlimm. Ich glaube, mit Olli könnte ich ruhig... nen... nen Drachenhink machen. Oh. Der ist verzaubert von Lizzy. Das verstehe ich. Das bin ich auch manchmal. So. So ne Luftangriff. Ja, ihr seid so schön schnell. Hm. Seid ihr toll. Ah, diabolische Düsternis. So, das müsste der Seewurm gewesen sein. Und der. Supi. Und das ist der. Nice. Und die zweite Pflaume. Freunde, dadurch, dass wir uns hier in der letzten Folge befinden und wir alle wissen, dass das die letzte Folge ist, hoffe ich, ist das nicht allzu schlimm für euch, dass ich in die Überlänge gehe. Oh, noch mehr Seewürmer. I fry me. Machen wir doch mal das. Machen wir mal das. Machen wir mal das und das. Mal schauen, ob dann eine Runde reiht. Das ist... Ich dachte irgendwie, du wärst ein drachenartiges Wesen. Ja, eine Runde reicht, wenn ich das so mache. Gut. Pflaumenkern. Pflaumenkern. Nur noch sieben. Oh, Freunde. So, wir gehen noch einen Tacken tiefer. Das heißt, wir können nur noch eine einzige Etage haben. Denn die Grotten haben maximal... Nein, nicht das. So und so. Die Grotten haben maximal 16 Etagen. Das habe ich auch gelernt. So. Das war die Nummer 6. Und auch wenn hier Tyrannosaurus Hex eventuell nicht am Ende sitzen sollte, hat es sich schon gelohnt. Muss man ja echt sagen. Wir haben so viele Quests nur durch diese Wassergrotte hier erledigt. Oder sind einen guten Schritt weitergekommen. Wenn ich sie sehe, wenn wir hier down haben, alleine drei Quests. Die wir geschafft haben. So. Fünf Stück. Horohammer. Seewurm. So. Den nehme ich. Und ja, du greifst erstmal den Händen. So stark sind die gar nicht. Ich habe immer so viel Angst vor Abgrundtaufern und sowas gehabt, dass ich dachte, die Seewürmer werden sicherlich auch ganz schön viel Aua machen. Aber dem war nicht so. Die sind tatsächlich recht entspannt. So verhältnismäßig. Natürlich machen die Damage, aber so verhältnismäßig mit anderen Gegnerchen, die in so tiefen Gruppen auf einwarten. So. Noch ein Pflaumenkern. Wie viel haben wir jetzt? Sechs Stück, glaube ich. Sieben Stück sogar. Also nur noch drei. Da ist mal eine Kischte. Kramgaloschen. Keine Ahnung. Beine sind perplex. Ne, dann gehe ich. Da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf, wenn da jemand anders dabei sitzt. So. Nein, du nicht. Dich nehme ich. Einmal Garutz. Ja, Lizzy ist... Schade, dass er jetzt stirbt. Sonst hätte ich gerne Lizzy's Todesstoß eingesetzt, um unsere MP wieder aufzufüllen. Ich wollte gerade sagen, Lizzy's MP neige sich nur langsam dem Ende. Ich gehe lieber nach oben. Doch, zu zweit. Zu zweit komme ich, glaube ich, klar. Dann setze ich aber kein Wum ein. Wie teuer ist es? Auch nicht viel teurer. Wenn sie jetzt natürlich sein, dass der erst mal Pampelon angreift. Ne. Polion. So, der Grafensee, wo man sehr schön. Ja, wirkt... Haha, ausgewichen. Tschüss, Würmchen. Ja, das machst du schon. Sonderheb. Dafür lese ich auch noch ein paar... Ja, sechs Stück. Schön. Und Ende. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann brauchen wir jetzt nur noch eine letzte Pflaume. Wenn ich nicht richtig mitgezählt habe, dann werde ich das gleich mitkriegen, wenn ich die nächste bekommen habe. Würde ich sagen. So, hast du unsere letzte Pflaume oder kann ich nicht zählen? Ich kann ja auch mal sowas hier einsetzen. Ja, das zieht schon mehr ab. Na, war mir leider ein bisschen klar, dass das nach hinten losgehen wird, aber... Aua, erstmal ein Steinbrocken. Tschüss, Seewurm. Und wer hat die Ehre, den Drachenfürsten? Na, noch niemand. Dann hat Olli die Ehre gleich, weil er eh als erstes dran ist. Durch die ganzen passiven Fähigkeiten. Eine Pflaume. Ich habe immer noch nicht alle, ne? Doch, zehn Pflaumenkerne. Wir brauchen doch nur zehn. Weil er gerade nicht gesagt hat, du, das ist die maximale Anzahl, die du benötigst. Dadurch haben die Seesaurer sich irgendwann Seewürmer verwandelt. Du hast bislang zehn Beweisstücke gefunden. Brauche ich mehr? Brauche ich echt mehr? Dann machen wir das mal so, dass sie sich normal angreift. Habe ich euch übrigens eigentlich schon mal erzählt, dass unsere Rüstung total geil ist, weil die beim Laufen... Ne, das war's, mehr kriege ich nicht. Weil die beim Laufen die MP und die LP auffüllt. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht erzählt. Aber jetzt wisst ihr's. Okay, hier gibt's nichts. Ah, da muss ich auch da lang, da muss ich hier lang. Ich hab doch hier Schatzsuche eingesetzt. Wo kann denn nur das... Ah, das ist hier die coole. Da unten. Ah, hallo Seewurm. Ja, ne, wenn du mich nicht bemerkst, dann will ich auch nichts von dir. Freunde, dann müsst ihr uns jetzt nur noch die Daumen drücken. Wer erwartet uns? Es ist... Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Parseval. Ich hasse dich so sehr. Mann, wie ich dich hasse. Ich hab so gehofft, dass es Hex wäre. Aber na gut, na gut. Dann halt kein Hex für uns. Da ist die Frostkraft. Ich weiß, das habt ihr alles schon gesehen. Und das ist nicht besonders spannend. Aber hey, was bleibt uns anders übrig? Ich will nämlich gleich die Quests abgeben. Das Einzige, worauf man hoffen kann... ...ist, dass dadurch, dass die Grotte so hoch ist... ...also von der Stufe her... ...dass man... ...ne nächste sehr gute Grotte kriegt. Weil welche Grotte man als nächstes bekommt... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Level der Grotte, in der man gerade gekämpft hat. Das kann euch eigentlich auch mal auf groß machen, aber macht eh nicht so viel Unterschied. Deswegen hat das Spiel abgezogen, weil da noch jemand konzentriert war, der feine Herr Parthewall. So, Energieschub. Garotts. Blinde Kuh. Und noch eine Mittelheilung. So, ihr seht, das waren 600. Das waren nochmal 60. Boah! Wie nervtöten kann man sein. Parthewall sagt ja. Und jetzt weicht er auch noch aus. Junge, du hast sie doch nicht mehr alle. Vor allem muss ich eigentlich langsam mal hier eine Multiheilung machen. Ich kriege einen Rappel. Ich kriege echt einen Rappel. Jede Runde. Mann, ey. Nee, weißt du was? Verfatzt dich. Ich greife jetzt einfach nur noch an. Tu doch, was du willst, du verkackte Katze. Geh auf deinen blöden Kratzbaum und verpiss dich dann. Und weich nicht immer aus. So, störende Stupser. Mach den blöden Stoizismus aus. Ja, eine Störwelle. Ja, passt. Der scheint hier echt das alleinige Recht auf Störwelle zu haben, der Kerl. So, Ende. Kannst du mir mit deiner blöden Störwelle mal... Mach das halt jetzt ohne Boosts. So, ja, hier kannst du deinen Stoizismus direkt wieder ausmachen. So. Meine Fresse. Wie kacke kann man sein? Rubin, Ruine des Schmerzes. Rubin ist gut. Ruine ist... Diamantkluft des Ruins, ja. Aber Schmerz ist, glaube ich, nicht das richtige Ende. So, auf jeden Fall kann ich jetzt die Rubin-Krypte des Ruins wegmachen, weil da war auch schon der feine Herr drin. So, und dann haben wir jetzt die Diamantkluft des Ruins. Als höheres Teil. 70 vor allem. 70! Na gut, sei es drum. Wir wollen Quests abgeben. Wir fangen in Stinsbrock an. Ey, das hier ist alleine fast eine Folge geworden. Nur wegen der... Nur wegen der blöden Grotte. Ihr helft mir wirklich aus der Patsche, Kumpel. Ihr seid echt in Ordnung, wirklich. Diese Glitzerdachse richten sich ihren Bauernschein gerne in Grotten ein, in denen es viel Wasser gibt. Ach so, stimmt ja. Könnt ihr den Walter Junior bringen. Gut, wir gehen nach Lapskausen. Da war ja was. Ich muss auch echt sagen, ich bin kurz davor zu sagen, scheiß auf Tyrannosaurus-Hex. Aber ich würde es halt so gerne. Oh, Mann, alles klar. Ihr habt ja schon Jona moin gesagt, denn ihr redet ja nur noch so von euch. Hier ist ein zacknullter Brief für dich. Warte, ein Brief für mich? Wer steht euch denn mit zu mir mit dem Brief? Mal sehen. Lieber Walter Junior, ich hoffe, du und dein Vater kommen gut miteinander aus. Bitte, du musst mir verzeihen. Ich kann jetzt nicht bei dir sein. Aber schon bald werden wir wieder zusammen sehen. Gut, gib euch die Acht. Ich bin immer wieder da. Alles, liebe deine Mama. B.S. Bitte gib das hier dem freundlichen Überbringer meines Briefs. Dann gehört es hier wohl euch. Ein Klau-Bolero, ernsthaft. Das ist ein Klau-Bolero. Oh, Gott. Da soll ich dir, Mama, ist... Bürgermeister Walter. Bürgermeister Walter, hm? Entweder doch noch am Leben oder der Brief ist ein bisschen älter. So, was aber. Gucken wir doch mal hier. Hier, Kollege, deine Pflaumen. Ihr habt es geschafft? Ihr habt alle Beweise dafür, dass sich die Seesaurier wegen der Pflaumen meiner Frau verwandelt haben? Bitte schön. Oh, die sehen schon aus wie die Kerne der Pflaumen meiner Frau. Aber, Moment. Oh ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte an dem Tag Lust auf was anderes und habe meiner Frau gesagt, sie soll mir statt der Pflaumen lieber Äpfel mitgeben. Also können es gar nicht meine Pflaumen gewesen sein, die die Seesaurier verwandelt haben. Das war gar nicht meine Schuld. Aber, äh, seht euch das mal an. Von Monstern verengelassenen Pflaumenkerne. Eine echte Rarität. Aber die sind bestimmt einiges wert. Ich nehme sie besser an mich. Hier, das ist für eure Hilfe. Ein Chronokristall. Wow. Ja gut, man braucht Chronokristalle für... Für... Ätherische... Äh, nicht ätherische. Für... Ach, rate der Evolution. Aber richtig geil ist das trotzdem nicht. Vor allem, weil das so eine heftige Grotte erfordert, wie ihr gesehen habt. Die gibt es ja... Ey. Über 90 auf den letzten Ebenen. Aber gut. Eure Hände halten ein Drahen, Fürstenzahn. Gebt die mir, tapfere Reisender. Damit kann ich das Herz meines Weibes erobern. Bitte schön. Ich muss euch meine Ehre für... Für... Ehe eure Mühe erweisen. Bitte nehmt dies. Aufruhr am Wender. Nun bin ich bereit für das Ritual der Werbung. Ich muss mein Weib an meine Seite locken. Du? Wie oft willst du denn noch kommen? Ich sagte doch bereits, mein Herz kennt keine Liebe für schwache Männer. Ich, äh, bring dir diese bescheidene Geschenk. Es ist ein mächtiger Zahn. Du? Du hast diesen mächtigen Zahn erworben? Ich hab mich geirrt. Du bist sehr stark. Äh, danke. Heißt das, du wirst mir erlauben, dir, äh... Ah, ein grässliches Untier. Hilf mir. Du musst mir helfen. Meine große Liebe, ihr droht Gefahr. Ah, ich bin ermattet. Äh, ich bin ermattet. Aber ich habe die Gebästie bezwungen. Vergib mir, ich bin nicht so stark, wie du es möchtest. Ich bin kleinen Herzens und würde einer Fliege nur ungern wehtun. Der mächtige Zahn, den ich dir zeigte. Ich habe ihn von dem Wanderer hier. Ich bin der Lüge schuldig. Ich ergebe... Ich ergebe mich in mein Schicksal. Lach ruhig. Ich... Nee, das ist immer noch derselbe. Ich komme mit den Armen durcheinander. Äh, lach ruhig. Ich weiß jetzt, dass eine wie du niemals ein wie mich achten wird. Aber du hast dein Leben in Gefahr gebracht, um eins zu schützen. Ist das nicht die Tat eines starken Mannes? Äh, wirklich? Ja, tatsächlich, das habe ich getan, nicht? Ich achte dich sehr hoch. Oh, sie achtet mich sehr hoch. Habt ihr das gehört, Wanderer? Sie achtet mich hoch. Ich verstehe jetzt. Hätte ich mich niemals in einem tödlichen Kampf mit Lebensgefahr begeben, hätte ich niemals verstanden. Es ist nicht recht, wenn ein Mann sich auf andere stützt. Er muss auf eigenen Füßen stehen. Bitte verzeiht mein Unwissen. Ja, kein Ding. Aber Zahnzieher ist damit erledigt. Und wisst ihr was? Fällt mir gerade ein? Ich habe ja noch was gecraftet. Hahaha, ein Stein des Weisen. Wo kommt der denn her? Dann, ähm... Geben wir den mal eben ab, ne? Ich meine, warum nicht? Wenn wir eben einen haben. Ja, ich habe, äh... Die silberne Kugel, die wir bekommen haben. Von wem haben wir die nochmal bekommen? Ich glaube, fürs Hose zurückbringen, ne? Oder fürs Ohrenholt besiegen. Eins von beiden jedenfalls. Mein Name ist Richard Reibach. Ich habe euch schon alles erzählt. Und ich würde gerne wirklich einen Stein des Weisen haben. So, also... Ähm... Bitte. Ach, ihr macht das. Natürlich tut ihr das. Wie war das? Wie man einen Stein des Weisen anfertigt? Tja, das ist wohl jetzt eure Sache. Konkurrenzkampf. Und schon abgeschlossen. Hier schon wieder. Wie läuft's? Bringt ihr mir den Stein des Weisen? Bitte? Ach, wer sagt's? Denn ich habe recht getan, euch auf den Fall anzusetzen. Tja, die Belohnung habt ihr euch redlich verdient. Ich hoffe, ihr wisst sie zu schätzen. Ne grüne Kugel. Erstmal ne grüne Kugel schieben, oder wat? Hahaha. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Tja, gute Arbeit verdient guten Lohn, finde ich. Da fällt mir ein. Wie heißt ihr eigentlich? Olli? Ach, muss ich mir merken, den Namen. Hm. Richard. Ich habe ihn. Ich habe den Stein der Weisen, den ihr haben wolltet. Ach, ihr seid's, Veronika. Tut mir leid, ihr kommt zu spät. Olli hier hat mir schon einen gebracht. Wir stehen gerade in Verhandlungen. Tut mir leid, eure Dienste werden nicht mehr benötigt. Was? Das soll doch wohl ein Witz sein. Ihr habt nicht gesagt, dass ihr den Auftrag auch noch anderweitig vergeben wollt. Mein Opa hat mir den Stein vererbt und ihr wollt ihn nicht mehr? Wisst ihr, wie schwer es mir fiel, mich davon zu trennen? Zumindest solltet ihr mich für all meine Mühen entschädigen. Ich kann's nicht fassen, was ihr da tut. Tut mir leid. Ach, aber ihr und ich sind nicht mehr im Geschäft. Ihr müsst leider einen anderen Käufer finden. Ihr erinnert euch Olli, nicht wahr? Ihr also seid Olli. Ich hatte euch schon gesucht. Ich hatte gehört, ihr wärt gut in der Chemie und wollte euch eigentlich um Hilfe bitten. Und dann verhagelt ihr mir so ein gutes Geschäft. Hoppla. Das war ich nicht. Wo ist die Dame denn jetzt? Keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft. Das ist schön, aber ich meine, er will noch was von uns, ne? Ah, ihr seid Olli. Gut, dass ihr da seid. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Es gibt einen wunderschönen Schild, der seit Alters her mit Alchemie gemacht wird. Er nennt sich Göttinnen-Schild. Ich würde gern mal einen sehen. Ich bin kein Kunstsammler, aber dieser Artikel interessiert mich. Ihr kennt das ja, nicht? Ich will mir den Göttinnen-Schild nur einmal anschauen. Das ist doch nicht so viel verlangt. Ich werde euch natürlich entlohnen. Anschauen? Das kriegen wir hin. Ah, ihr macht es. Natürlich tut ihr das. Was, wie man ein Göttinnen-Schild herstellt, das findet ihr besser selber heraus. Ach, du liebe Göttin. Ja, rein zufällig. Kenne ich? Ne, das ist das Silberschild. Rein zufällig kenne ich einen gewissen Dekar, der dir gern sein Göttinnen-Schild mal zeigen wird. Ach, ihr seid's. Habt ihr mir ein Göttinnen-Schild anfärten können? Bitteschön, guckt ihr an. Das ist also ein Göttinnen-Schild. Ja, äh, äh, darauf ist das Gesicht der Göttin eingraviert. Herrlich, herrlich. Ah, ich glaube, ich habe genug gesehen. Ihr könnt ihn wieder einstecken. Ich habe doch gesagt, er bekommt eine Belohnung oder etwa nicht? Also nehmt euren Lohn und lasst mich in Frieden. Eine lila Kugel. Ja, warum nicht? Plump. Ach, du liebe Göttin. So. Damit ist das fertig. Aber ich meine, Veronika müsste jetzt auch noch eine Mission für uns haben. Jemand in Stinsbrock hat ein... Ah, ne, das ist das. Das ist das Vögelchen. Jemand auf Burg Stinsbrock. Ja, da muss ja Veronika irgendwo hier sein. Die Frage ist nur, wo. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich suche Veronika offscreen, aber das bringt mir ja nicht viel. Das bringt mir leider Gottes wirklich nicht viel, wenn ich das tue. Ist sie hier? Nö. Nö. Veronika, der Lenz ist da. Nö. Veronika. Kann natürlich sein, dass sie auch nach oben gerannt ist, also zum König, aber... Ich wüsste jetzt nicht, warum sie da hingerannt sein sollte. Vielleicht ist sie auch hier raus. Nö. Da jedenfalls nicht. Im Knast vielleicht. Veronika im Knast. Nein. Gut, dann auch nicht. Ja, theoretisch. Boah. Ich hätte noch nicht antisern sollen, dass das die letzte Folge ist, ne? Wir haben ein bisschen selber Schuld. Ihr habt auch alle keine Quests für mich. Das ist der Typ. Hier ist keine Veronika. Die ist keine Veronika. Das gibt's doch nicht. Wo ist die? Jemand auf Burg Stinsbrock hieß es. Dann sollte man sich auch auf Burg Stinsbrock aufhalten, oder liege ich da falsch? Ich meine, ich bin ja kein Experte, aber... Mann, oh. Bei Simona ist sie sicher nicht. Wo kann die denn noch sein? Ich hab keine Ahnung. Leute, das war's dann, glaube ich, erstmal für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder hast du noch irgendwas? Was bin ich für ein Trottel? Ich bin in Panik geraten und habe einem Wildfremden einen wichtigen Brief anvertraut. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussah. So sehr war ich durch den Wind. Ich hoffe, nur der Brief erreicht den jungen Walter. Ich hoffe auch. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich Veronika gefunden habe. Und dann sehen wir uns später nochmal wieder, wenn ich den Hex besiegt habe, ey. Ja, und sehen wir noch ein gefährliches Bustier. Aber das haben wir auch nicht. Es ist doch einfach alles kompliziert. Freunde, wir sehen uns gleich. Ich hoffe, es geht jetzt schnell. Oh Gott, Freunde. Es ist so schön. Hier ist er. Der Chyranosaurus-Hex. Oh mein Gott. Hat dieser dumme, wundersame Weise wirklich gedacht, dass nur ich allein aus dem Folianten entkommen würde? Er hätte wissen müssen, dass ich auch all die anderen Besten befreien würde, die er hineingesperrt hatte. Und bald werden wir alle wieder Morden durch die Lande ziehen. Unglück sehen und Schrecken verbreiten. Doch ihr habt Glück. Ihr dürft meine Lektion schon jetzt lernen. Eure Welt wurde nur zu einem einzigen Zweck erschaffen. Nämlich auf mir, Tyrannosaurus-Hex, dem Turmoh-Titan des Terrors, in Stücke gerissen zu werden. Hallo, Tyrannosaurus-Hex. Ich bin so froh, dass du endlich da bist. Ich bin so froh. So, Freunde, wir machen mal ein bisschen Lebenskraft. Wir machen mal ein bisschen Aggressionstraining. Wir machen mal ein bisschen... Ähm, nein, wir machen nicht Aggressionstraining. Wir fangen mit einer magischen Barriere an. Wir machen mit dir einen kleinen Doppelmoppel. Und wir machen für dich ein Hokuszokus für Lizzie. Oh, ich bin so zufrieden, ne? Ich bin so unglaublich zufrieden. Ihr könnt es gar nicht ahnen. Ob ich den jetzt besiegen werde, ist die andere Geschichte. Aber auf jeden Fall haben wir zumindest erstmal die Chance, ihn zu bekämpfen. Und das ist das Geile an der Geschichte. So, da kommt die nächste magische Barriere. Das ist sehr schick. So, wunderbar. Dann, Oli, einmal bitte den Energieschub. Lizzie, einmal bitte ein bisschen Multi-Heilung. Und du machst blinde Kuh. Und wir wären schön blöd, wenn wir nicht mit Dance die Paladin-Parade machen würden. So. Dann hieben wir uns nämlich eben schön hoch. Und Dance covert das alles schön ab. Spitze, Spitze. Das sieht gut aus. Falkenheap. Ah, ne, das ist Heilungshiep und nicht der heilige Heap. Ich war gerade kurz am überlegen, ob ich eventuell Heilungshiep probieren soll. Weil das klingt für mich auch so ein bisschen nach Lichtangriff. Wisst ihr, was ich meine? Aber dann lasse ich das lieber. Duldsamkeit. 1400. Der covert eh jetzt alles ab. So, Lizzie kriegt ein bisschen Aggressionstraining. 1300. Und dann machen wir weiter. Garutz, Stoßwirbel, Duldsamkeit. 600, nochmal 700, 750 sogar, nochmal 1400. Vergiss es, vergiss es. Stoßwirbel. Könnte ihn vielleicht sogar schon killen. Ja, guck mal. Das war der Kampf gegen Tyrannosaurus Hex. So einfach hätte es sein können. So verdammt einfach hätte es sein können. Saphirkrypter der Qual. Man hätte ihn einfach nur finden müssen. Guck mal. So schnell geht's. So verdammt schnell. So, Freunde. Das haben wir jetzt geschafft. Ich habe inzwischen übrigens auch Veronika gefunden. Denn die ist in Schloss Schickstal. Man mag es kaum glauben. Denn ich habe mich vertan. Ich ging ja davon aus, dass diese Anzeige, jemand braucht auf Schloss Stinsburg Hilfe, dass das die Veronika Quest ist. Aber dem ist gar nicht so. Oh, hi Mona. Ich bin Mona, die Prinzessin von Schlickstal. Mein geliebter, rechtschaffender Ritter hat mir viel von euch erzählt. Seid bitte nicht zu unnachgiebig mit Sie, Mona. Sie ist meine, meine... Mach's gut. Ach, guck mal. Auf den letzten Meter auch noch schnell mal Mona erlöst. Ähm, genau. Aber das ist eine Küchenmark, die die Axt von uns wollte. Und dementsprechend, hm, leider selber ein bisschen reingelegt. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo Veronika hier ist, aber es ist jedenfalls irgendwo hier. Und die Quest werde ich auch nicht machen, weil wir sie nicht lösen können. Ich habe weder für ein Item genügend Materialien, noch, äh, ja, am zweiten Item scheitert es aber größtenteils, muss ich da leider sagen. Aber was ich jetzt trotzdem gerne noch machen würde, das ist die, ähm, das ist die Quest für, hier ist sie auch nicht, für den Slime. Weil, ich habe jetzt das Platinkönigsturveel erlegt, ich habe Metallkönigsschleim schon erlegt, ich habe dies erlegt, also ich habe Pampelot und Bismarck habe ich erlegt. Und dementsprechend, so viel fehlt ja gar nicht mehr. Stahlstaffel, Flüssigmetall, Metallschleimritter und dann weiß ich, den letzten habe ich vergessen. Ich glaube, Edelschleimturm, da müsste ich dann nochmal gucken, in welcher Grotte ich den nochmal finde. Wo ist denn die blöde, wo ist denn Veronika? Hier auch nicht, ich hätte vielleicht mich noch besser informieren sollen, hä? So, Entschuldigung, so. Boah, ey, das hat jetzt so Ewigkeiten gedauert mit diesem scheiß Tyrannosaurus-Hex, dessen Quest wir gleich noch abgeben müssen. Nur dafür, dass der Kampf in einer Minute durch war. Ja gut, ich war ja auch auf höherer Geschwindigkeit, aber trotzdem. Sehr erfreut, ich bin Abraxas. Zu meinen Zeiten war ich eine kleine Alchemie-Legende, wenn ich das so sagen darf. Aber mein Leben ging zu Ende, ohne dass ich je meinen größten Traum verwirklichen konnte. Ich wollte nach hunderten von Jahren alle Ausrüstungsstücke des legendären Helden Erdrick zusammentragen. Seine Handschuhe, seinen Schild, seine Rüstung, seinen Helm und natürlich sein Schwert. Alle fünf sind irgendwo in unserer Welt zu finden und sie brauchen nur eine kleine alchemistische Politur. Ich habe ein paar rostige Handschuhe hier, die mal Erdrick gehörten. Die könnt ihr schon mal haben, wenn ihr wollt. Ich bitte euch nur dafür, Erdricks gesamte Ausrüstung zusammenzutragen und meinen Traum wahr werden zu lassen. Ich würde es gerne tun. Wirklich? Das ist ja großartig. Dann sind hier gleich mal die ersten Stücke. Hier, die Handschuhe, von denen ich gesprochen habe. Rostige Handschuhe. Es ist keine leichte Aufgabe. Ich bin sehr dankbar, dass ihr einem alten Mann seinen letzten Wunsch erfüllt. Vergessene Schätze. Ja, wir haben den Helm, wir haben das Schild. Jetzt haben wir die Handschuhe, die müssten wir nur noch polieren. Wir haben das Schwert, das müssten wir polieren. Und ich habe auch schon mal gegoogelt, wo es die Rüstung geben soll. Aber ich habe keine Info dazu gefunden. Was mich jetzt zu der Vermutung führt, dass man die rostige Rüstung eventuell über das DQVC hätte erwerben können. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber möglich ist es allemale. Aber ich wollte euch wenigstens noch den Typen zeigen. Und wo man dementsprechend die rostigen Handschuhe herbekommt. Na, die könnten wir jetzt... Also, ich habe hier sogar, glaube ich, noch ein Orichalkum. Das habe ich ja in der Grotte gefunden. Aber Poliersand habe ich nicht mehr. So. Ah, ihr seid's. Hallo. Ich bin gerade etwas müde. Lasst mich einfach schlafen. Ach, was? Ihr habt Tyrannosaurus Hex besiegt? Wer ist das denn? Und was für ein alberner Name? Moment, ich erinnere mich. Ihr habt den wirklich besiegt? Das habe ich ja... Na, das habe ja nicht mal ich geschafft. Hier, das habt ihr euch verdient. Und, blaue Kugel, ehrlich jetzt, weg mit Hex. Na gut, ihr habt bewiesen, dass ihr weise genug seid, um die Welt zu retten. Da brauche ich mir wohl keine Sorgen mehr zu machen. Vorausgesetzt, er muss nur einmal besiegt werden. Nein, achtet gar nicht auf mich. Ich bin bloß überängstlich. Jetzt weiß ich, dass die Welt in guten Händen ist und kann endlich ausruhen. Ich überlasse alles euch, ja? Gute Nacht. Gute Nacht, wundersamer Weiser. Wisst ihr was? Ich mache die Slimequest wirklich nicht. Oder mache ich sie? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss leider auch gleich Lizzie vom Sport abholen. Und das macht das Ganze nicht einfacher, weil ich so jetzt nicht sagen kann, gut, guck mal, dann gucke ich jetzt, äh, gucken wir jetzt, dass wir das noch hinkriegen. Weil ich meine, das hier ist einfach. Das hier ist mehr als einfach, hier einmal ganz kurz durchzurennen. Der Typ mit dem Trominator, ey. Also die Quest war ja verhältnismäßig wirklich entspannt, nachdem wir so ein bisschen gelevelt waren. Aber dass der uns dann die Mortamore-Karte gegeben hat, darauf komme ich immer noch nicht klar. So, dich soll ich noch verprügeln. So, genau. Dich soll ich verprügeln. Dann soll ich noch ein Flüssigmetallschleim und eine Stahlstaffel verprühen. Hier kann ich nicht, okay. Ich probiere mal mein Glück. Vielleicht finde ich ja irgendwas. So. Flüssigmetall und Stahlstaffel. Boah, ich habe ja eigentlich die Schnauze voll von diesem, von diesem blöden Slime-Plateau hier. Ich habe ja so viel Zeit darauf verbracht, um unsere Charaktere zu boosten. Das einzig Gute ist, dass ich dann herausgefunden habe, dass, äh, durch diese, durch diesen Grottenguide, dass man gar nicht, das sind schon mal Flüssigmetallschleime, äh, Ausrüstung. Du kriegst eine Bambuslanze von mir aus, das ist mir sowas von egal, was du kriegst. Und du kriegst eine Eisenlanze. So, und jetzt geht's ab. Donnerstoß, abwehren, Donnerstoß und Donnerstoß. Donnerstoß, macht, was ihr wollt. Ähm. Ja, das Gute ist, dass ich herausgefunden habe, dass das Grottenlevel und so nur durch den Hauptchar bestimmt wird. Und dass die kompletten Partner das Ganze nicht beeinflussen. Und wenn dem so wäre, das war schon mal nicht so gut. Aber die bleiben wenigstens noch da. Ernsthaft? Wie? Komm, lass doch wenigstens einen sterben. Ich brauch doch nur einen einzigen. Einen. Da, danke. Genau das wollte ich. Wie kann es so lange dauern, einen einzigen Flüssigmetallschleim zu klatschen? So. Das war der Flüssigmetallschleim. Dann brauchen wir jetzt noch eine Stahlstaffel. Die kann hier überall in jedem einzelnen Kampf als Kumpel mit dabei sein. Haben nämlich dich. Hast du eine Stahlstaffel dabei? Nö. Gut. Dann darfst du weiterleben. Hast du eine Stahlstaffel dabei? Ja, haben sie. Supi. Hm, abwehren. Stoß. Stoß. Da haben wir die Stahlstaffel auch schon. Und ich glaube, dann fehlt nur noch der Edelschleimturm. Wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin. So. Tag. Ja. Wer fehlt denn jetzt noch? Sieben habe ich. Da gab er eine Liste mit acht Schleim. Habe ich die Liste? Oder muss ich eben nochmal nachfragen? Sicherheitshalber. Ne. Ich frage ihn eben nochmal. Und dann würde ich vielleicht wirklich noch in eine kurze Grotte reingucken. Ich wette, ich habe doch irgendwo eine Karte, wo es Edelschleimtürme gibt. So. Oh nein! Wen muss ich denn noch klatschen? Okay. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich probiere erstmal normalen Metallschleim. Weil das ja waren ja hauptsächlich Metallviecher. Ob das jetzt allerdings funktioniert, weiß ich nicht. Aber schön, dass ihr wenigstens direkt einer da ist. So schnell kann es gehen. Duppi 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 duppi. So. Ja Freunde, dann ist das hier wirklich die allerletzte Folge Dragon Quest. Das war ein sehr langes Projekt. Für euch kürzer als für mich. Weil ich so viel Offscreen machen musste. Ne, der war es leider nicht. Na gut, dann müssen wir mal schauen, ob ich hier noch irgendwas geiles habe. Goldversteck des Schmerzes. Gut, ne? Goldversteck des Schmerzes. Versteck. Könnte... Moment mal. Wir finden das raus. Wir finden das gemeinsam raus. Das ist hier unten gewesen. Wie schaut's aus? Was hab ich hier für Gegner? Oh, der hat auch inzwischen ab. Coole Sache. Ah, ich glaube aber, hier bin ich noch einen Tacken zu hoch. Einen ganz kleinen Tacken. Ich ignoriere jetzt auch die Kisten. Ich wünschte mir, wir hätten noch eine legendäre Waffe aus den Kisten gezogen in den hohen Grotten. Aber das Glück war mir leider nicht vergönnt. Ein bisschen traurig, aber was soll man machen? So, hier könnte es jetzt Edelschleimtürme geben. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Lass mich bitte... Wisst ihr was, Freunde? Ich mach ganz kurz... ganz kurz Pause. Ich melde mich, wenn ich einen habe. Also, wenn ich einen gefunden habe. So, hier bin ich nochmal. Ich habe einen gefunden. Ich hoffe, es ist jetzt der letzte... Also, dass es wirklich der Edelschleimturm war. Aber ich glaube schon. Yes. Er raffelt sich auf und wirft uns einen reuigen Blick herüber. Oli hat den Eindruck, dass ihm bewusst ist, welchen Schande er über seine Artgenossen gebracht hat. Somit wurden alle acht Arten von sündigen Schleimen zur Erkenntnis verholfen, dass sich ihre Traditionen in Ehren halten sollten. So, raus hier. Es ist übrigens ein anderes Ding gewesen. Es war jetzt die Bronze Welt der Reue. Hier bei Sichau. In dem anderen habe ich keine gefunden, aber sei es drum. Ich war übrigens noch ein bisschen investigativ tätig für euch. Und ich habe herausgefunden, dass man für die Beendigung der Quest von Abraxas, also vom Alchemisten, dass man dafür eine harte Evolution und einige legendäre Alchemi-Rezepte bekommen würde. Und die rostige Rüstung bekommt man, wenn man die Quest mit den Klangknochen von den Verderbnisrittern erledigt. Ja, also da die rostige Rüstung, dann mit Orichalkum und Poliersand aufpolieren, haben wir ja mit Helm und Schild gemacht, habt ihr ja gesehen. Und genau, dann hat man auch schon die Ertricks-Rüstung. Ich bin ganz schlecht geschleidend, wie ich halte mal vorgekommen. Okay, was war das? Habt ihr die Rostige Rüstung? Die haben mich auch schon überzeugen können, denn die Rostige Rüstung zu verlachten. Ja, haben wir. Das hat sich die Scharf-Frau-Frau dabei über die Barstlein, die Slime-Nabzur zu lösen und durch die Metallicons zu lösen. Und standen wir über ihre Slime-Tron-Water, die sich nur noch für seine Serien-Slime, aber leider nicht mehr zu der Serien-Slime interessiert. Und das ist wohl so viel, dass die Lüste im Niedern-Water-Later, wo gerade das Klein-Lit einen Teil der ihrer ihren veteranen Slime-Familie zu lösen. Und jeder Bittnacht, er sollt ihr auch so einen Vorteil, wie er der Slime-Sale, in der Rastro-Lite, mit der ja auch noch für eine Herkunft. Schleimschande haben wir abgeschlossen und haben ein geiles Metallschleimschwert gekriegt. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich sehr cool. Ist eine wirklich gute Waffe. Ein hartes Schwert mit unglaublicher Durchschlagskraft. Und wenn man das noch zum Metallkönigsschwert machen würde, das macht schon Damage. Ich meine, nichts geht über die Falkenklinge. Die Überfalkenklinge. Nichts geht über die Überfalkenklinge. So. Aber wenn man das Adrix-Schwert noch nicht hat, wobei ich ja sagen muss, für das Metallkönigsschwert bräuchte man 2-Jährig-Halkum. Für das Adrix-Schwert braucht man nur 1-Jährig-Halkum. Und dementsprechend ist es eigentlich relativ einfach zu sagen, warum man wie welches Ausrüstungsstück benutzen sollte. So, du kriegst wieder deine Bestienmeister-Clown. Freunde, das ist es dann wohl gewesen. Jetzt habe ich nur noch Quests, für die ich noch andere Grotten bräuchte. Die Verderbnisritter kriegen wir theoretisch in der Eisgrotte. Wir können ja spaßeshalber mal gucken, ja. Saphir ist zwar eine Krypta, aber ich habe gelesen, dass Krypta theoretisch jedes einzelne Ding sein kann. Und wenn das Eis ist, ja, wenn es Eis sein sollte, dann gibt es nochmal extra Überlänge. Dann gucken wir uns das Ganze nämlich nochmal an. Wenn es kein Eis sein sollte, dann gucken wir gleich nur nochmal ins Bestiarium, um uns alles mögliche anzuschauen. Und fliegen nochmal über die Welt. Nein. Nein, nein, und dafür interessiere ich mich nicht. Davon habe ich Weißgott genug gemacht. Nee, also, die Verderbnisritter, wo wir dann die Rüstung bekommen würden. Dafür brauchen wir eine Eisgrotte. Dann haben wir noch in diesen einen Brunnen den Typen, der die Cannibela-Wut haben möchte. Dafür bräuchten wir eine Eisgrotte. Dann hätten wir noch die Terror-Dies-Vögel von dem Vögelchen bei den Pferden vom Weihnachtsmann. Dafür bräuchte ich mir eine Feuergrotte. Die hätte ich schon machen können, aber ich weiß inzwischen nicht, ob ich überhaupt noch eine Feuergrotte habe, die so tief geht für die Terror-Dies-Vögel. Das kann ich euch leider nicht sagen. Und dementsprechend fällt die Quest auch raus. Dann haben wir noch einige Quests, die wir nicht tun können. Wegen DQVC-Items, unter anderem die Geburtstagsfeier. Dann die Hilfe für den Weihnachtsmann, wo sich das kleine Kind wünscht. Mensch, ich würde dem Weihnachtsmann gern was schenken. Dann die beiden Zauberer hier oben beim Turm des Schläfers, wo die Borja sehen wollen. Der ist, glaube ich, Dragon Quest VIII gewesen. Auf jeden Fall einen der vorherigen Dragon Quests und da kriegt man die Sachen auch nur über DQVC. Aber ansonsten haben wir wirklich alles getan. In Stinsburg gab es noch die Magd, die noch einen Beil haben wollte. Das haben wir auch nicht gefunden, aber ich meine, da gab es auch nichts Geiles als Belohnung. Tja, und wenn ich so drüber nachdenke, ist es das, glaube ich, wirklich gewesen. Landen wir doch einfach mal in den schönen Blumenfeldern. Oder nicht bei den Blumenfeldern, sondern beenden wir doch unsere Reise, wo sie begann. Nämlich in Engelsfälle. Hinter diesem Stein haben sich in der ersten Folge die Schleime und die saure Gurke versteckt. So begann unsere wilde Reise und guckt, wie sie geendet hat. Ja, ich weiß, ich habe hier ziemlich viel rumgecheatet. Und ich muss sagen, auf der einen Seite bereue ich es ein bisschen, dass ich das Spiel nicht ohne Cheats durchgespielt habe. Wobei man ja sagen kann, abgesehen vom Gold habe ich das Hauptgame ja ohne Cheats. Ganz am Anfang hatte ich die XP noch, wo wir doppelt die XP gekriegt haben, aber das habe ich dann ja recht schnell ausgemacht. Ähm, ja, jedenfalls, ich wünsche mir ein bisschen, ich hätte sie nicht gebraucht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte gerade die, die XP, das XP-Farmen und so ohne Cheats gemacht, wie lange hätte ich denn dafür brauchen sollen? Blümingen, genau, das können wir nicht machen. Das ist die Markt mit dem Beil. Das ist auch Blümingen, das können wir auch nicht machen. Das sind die beiden, die Blümingen-Dinger sind die DQVC-Quests. Nördlich der Schweinspickelschule, das ist die Terror-Dies-Vogel-Quest. Auf Burgstinsbruck? Ach ne, Inns-Dinsbruck. Genau, das ist das gefährliche Büstier für die Oma. Das haben wir leider auch nicht machen können. Kein gefährliches Büstier gefunden. Burgstinsbruck ist die Markt. In den Sümpfen ist die Cannibelerwut. Die Knarzengeräusche auf der Hochebene von Brennbergen. Ist das Skelett mit den Klangknochen von den Verderbnisrittern. Die Hochebene von Sichau, das ist Borja. Dann haben wir hier der andere Geist neben Stervinus. Mit dem Meisterbulzebub. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch eine Eisgrotte. Und das Schaf. Die Quest, die wir erst lösen könnten, wenn wir alle anderen Quests erledigt hätten. Ja, und hier für das Adrix-Zeugs, wofür wir halt erst die Rüstung bräuchten. Ja, und von den normalen Missionen haben wir auch soweit alles erledigt. Uns fehlt eine normale, normale Mission, wo wir der eine Frau Metallschleimschuhe bringen sollten. Das ist die einzige, die uns davon fehlt. Und dann fehlen uns natürlich die Berufsmissionen von Koryphäer, von Zauberer, von eben allen, die wir nicht hatten. Ja? Was hatten wir denn noch nicht? Waldläufe hatten wir nicht. Ihr wisst selber, was wir nicht hatten. Dieb hatten wir nicht gemacht. Wobei Dieb tatsächlich ziemlich praktisch sein kann, weil man damit die Chance erhöht, dass Kleptomane funktioniert. Gerade für so eine Quest wie die Hose oder sonstiges ist das halt saupraktisch. Guck mal, 94% Monsterkomplettierung. Mich fuchst es ein bisschen, dass wir hier nicht noch mehr von den Spezialgegnern gekriegt haben. Ich hätte natürlich jetzt von Baramos würde man noch eine Karte kriegen. Sobald der auf Stufe 16 ist, hat er dann eine Chance, die Karte von Morda zu droppen. Wenn Morda dann auch auf Stufe 16 ist, hat er die Chance, die Karte von Dulmagus zu droppen. Und dann gibt es noch zwei Leute, die Karten von anderen droppen. Aber das war mir halt auch zu viel Aufwand. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das waren unsere Spezialgegner. Malrot, dem wir dann relativ schnell Einhalt geboten haben. Baramos, der noch nie kompliziert war. Estark. Ich glaube, Estark wäre ziemlich stark gewesen, wenn wir nicht schon so stark gewesen wären selbst. Mortamore, von dem brauche ich gar nicht erst zu reden. Ja, also Mortamore ist und bleibt, glaube ich, mein absoluter Hassgegner von allen Dragonquests. Raptorn war jetzt auch nicht besonders stark. Hatte viel Leben, aber das war es auch. Tyrannosaurus Hex, ich hasse dich. Ich hasse dich mit einer Inbrunst, du altes Kackviech. Graugnatz 2, der Held der Lüfte, der nach seinem angeblichen Ableben wieder zurück ist. Und zwar mächtiger als je zuvor. Ja, ja, habt ihr damit gerechnet? Ich kann nachher, ich gehe ja mal rumschalten, dass ihr die Gegner ein bisschen größer seht. Man kann ja übrigens sich auch Sachen anzeigen lassen, wie sie Damage kriegen, wie sie besiegt werden, wie sie angreifen. Eigentlich ganz witzig. Parseval habe ich eindeutig zu oft besiegen müssen. Zwölfmal könnt ihr da sehen. Einmal den Hex, siebenmal den Uhunhold, siebenmal Klausewutz. Und Parseval war aber natürlich geil, dass ich von ihm die siegreiche Rüstung gekriegt habe. Atlas dreimal. Das hielt sich auch noch in Grenzen. Siebenmal Sir Sanguinus. Vier Volataire. Drei Schleimurai. Fünf Trauminatoren. Drei Nemeische Löwen. Und vier Hengste der Angst. Dann haben wir hier natürlich noch die besonderen Gegner gehabt. Durch die DLC-Quests, könnte ich sagen. Tyrannosaura-Hex. Die Schwester von Tyrannosaurus. Die war aber einfacher zu finden. Tatzel. König Gottlieb. Und Lumpy. Und Megrusalem. Wo ich immer noch finde, dass die Quest mit Megrusalem die heftigste ist. Die von Tatzel ist natürlich schön, dass man dann sieht, oh, hier. Sirena scheint wieder einen neuen Körper zu haben. Und, äh, ist auf der Suche nach ihrem alten Kumpel. Aber ja. Naja. Und dann natürlich Corvus. Und Corvus in seiner letzten Form. Und ich glaube, der allerknappste Kampf gegen König Gottfried. Das war, ich glaube, das war halt wirklich der knappste Kampf, den wir hatten. Und ansonsten natürlich ganz viele verschiedene böse Viecher. Hier haben wir die ganzen, die ganzen Wassergrotten-Dinger. Die habt ihr ja selber gesehen. Genau. Die habe ich euch, glaube ich, nur so gezeigt. Gaule des Grauens, harte Keramikkrieger. Joa, Pandorasbüchse. Und das hier sind, das hier sind die Eisgegner, die genau dazwischen fehlen. Hier sind die Ruiengegner, die haben wir komplett fertig. Hier dazwischen sind die Eisdinger und hier beginnen dann die Feuerdinger. Die sind glücklicherweise nach, nach Grotte geteilt. Und hier haben wir, mit dem Wunderdrache und Vollspinne, haben wir die Felsgrotten-Gegner. Talschleimkönig. Das fand ich immer noch cool, dass wir da ein, äh, ein Eurig-Heilkumpf von bekommen haben. Das hatte schon Stil, muss ich ja wirklich sagen. So, und hier fangen schon langsam die normalen Gegner an. Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch leider, was das angeht, ein bisschen für einen anderen Dragon Quest-Teil gespoilert, weil ich zu viel erzählt habe. Vielleicht habt ihr es ja vergessen, wenn es irgendwann kommt. Ich plane nämlich, wenigstens noch zwei Dragon Quests zu spielen. Das ist einmal die 11. Im besten Fall auch die 12, wenn sie rauskommt, aber da habe ich noch keinen Plan. Und, ähm, dann noch ein anderes Dragon Quest-Spiel für den Nintendo DS. Zwar war das ein Remake auf dem DS, aber trotzdem. Ja, und hier unsere ersten Gegner. Schleime, saure Gurken, 86. Mich würde jetzt mal interessieren, Moment mal, Monster nach Familie, Schleim, wie viel? 90 normale Schleime, 21 Stahlstaffeln, das ist verhältnismäßig entspannt, 10 Edelschleim-Türme, das ist sehr entspannt, 58 Flüssig-Metallschleime, die armen Viecher, zwei Platinkönigsjuwele und drei Metallkönigsschleime. Ah ja, Edelschleime gab es auch noch. Das sind die, ja, 10.000 Beute Gold, ihr seht's. Die geben nur viel Kohle, aber richtig gut sind die nicht. Ja, das wär's, Freunde. Ich bin sehr froh, dass es ein Ende hat mit der ganzen Grotterei. Es macht Spaß in einem gewissen Maße, wenn man nicht dazu gezwungen ist, weil man unbedingt noch diesen einen besonderen Gegner haben möchte. Ja. Und hier nochmal zum Ausschauen, wie unsere Charaktere ausgerüstet sind. Er hat Hildas Schuhe an, das finde ich immer noch irgendwie ein bisschen verwerflich, aber, ach, guck mal, er kann Aquilas Schuhe anziehen, oder Aquila, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn aussprechen soll, aber wird schon passen. Dann laufe ich wenigstens nicht mehr mit Hildas Schuhen rum. Lizzie habe ich übrigens zwischendurch irgendwann mal die Tantra-Hose angezogen, ich glaube, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Die hatten wir von, ich weiß nicht mal mehr, wo wir die bekommen haben, aber die hat die gleichen Werte wie das Bikini-Hülschen, nur noch mehr magische Macht und Medizin, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen bin ich dann da irgendwann drauf gewechselt. Genau, genau wie auf die segensreichen Armbänder für mehr Macht und Medizin, die haben wir aus derselben Quest bekommen. Hatte sie natürlich weniger Geschick, aber ich weiß eh nicht, ob das Geschick auf die kritischen Zauber angewendet wird, dementsprechend. Ja, die ätherische Rüstung, jetzt haben wir die doch bis zum Ende getragen, weil ich einfach nichts Besseres gefunden habe. Und was hat man hier noch? So, stimmt, ich habe einen Schädelhelm habe ich entflucht. Die Sonnenkrone kam da raus, die hätte man noch zur Apollon-Krone machen können, aber ja, ihr seht, sehr viel weniger magische Macht habe ich mich dann auch gegen geweigert. Adrix-Schild, Salomon-Stab, Salomon-Stab ist glaube ich soweit auch der stärkste Stab, den man so haben kann. Wurmstab vom Angriff mehr, aber von den anderen Boni halt nicht so viel. Deswegen Salomon-Stab. Und Deka, unser alter Damage-Dealer mit dem Heldensperr, der total geil war. Ich bin super froh, dass wir den gekriegt haben. Göttinnen-Schild, der Metallschleim-Helm, den man natürlich noch hätte verbessern können. Die Kartop-Trick-Rüstung, der letzte, der die Kartop-Trick-Rüstung noch trägt. So, Handschuhe, die harten Handschuhe, mit denen ich nicht so viel verbinde. Eine schöne Hose, ach ja, ach wie ist das schön, ich hätte mich vielleicht wirklich mal um neue Hosenklamotten sorgen sollen, aber egal. Mit den sichereren Schuhen. Und hier haben wir noch den guten alten Dance. Stimmt, warum gucke ich nicht einfach hier unseren Paladin, der uns schon das ein oder andere Mal mit seiner Paladin-Parade den Arsch gerettet hat und früher als Kampfkünstler, muss man sagen, hat er uns doch durch den ein oder anderen Kampf mit seiner Schnelligkeit gecarried. Kann man so einfach ohne zu lügen sagen. Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich dem Ende gerecht werden kann. Wir sehen uns und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich weiß gerade gar nicht, doch, ich habe schon ein JRPG, wenn mein Pokémon nicht mitzählt, nämlich Lufia, falls euch JRPGs interessieren, also rundenbasierte JRPGs, ne? Und genau, da könntet ihr dann theoretisch in die Playlist reingucken, wenn ihr direkt irgendwas weitergucken wollt. Ansonsten geht es morgen mit einem anderen Projekt weiter, wo ich noch keine Ahnung habe, was es sein wird, weil wir noch nichts geplant haben. Denn mit Dragon Quest allein sind wir jetzt, wenn ihr das hier seht, Nein, andersrum. Wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, am Tag, an dem ich das hier aufnehme, ist die erste Folge Dragon Quest noch nicht angelaufen. Deswegen tut mir leid, dass ich auch nicht auf Kommentare oder jegliches eingehen konnte, aber manchmal braucht man ein bisschen Vorproduktion, ne? Guti, dann war es das jetzt endgültig. Wir sehen uns hoffentlich spätestens bei einem anderen JRPG wieder und ansonsten geht es ab morgen wie immer mit irgendwas Neuem weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zu einem anderen Projekt. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut.